recht herzlich willkommen zur 62 folge von towns die zweite staffel ja letztes mal ging es hier nicht voran weil wir nicht ans eisen kamen den fehler haben aber gefunden und ja dann haben wir einen kampf der dann mit einem toten von unserer seite beendet wurde schade drum aber ist halt so gelaufen gerade noch durch okay das sind noch einige die noch wappen brauchen so oder sollte mal draufklicken in der hoffnung das auto dann funktioniert natürlich noch reichlich leute die was brauchen aber wir sind ja auch am rüsten so und weiter geht's kurz nach oben geguckt erstmal so rote kugeln haben wir wie sand am meer grüne kugeln haben wir aber auch und die werden auch gerade geholt wie man sieht sonst können die leute auch ausgerüstet werden hier sind sogar waffen im ständer und holzschuhe gibt es ja auch noch holzstiefel ob es gibt sogar okay das sollte funktionieren noch mal eine stufe schneller gibt es ja noch irgendwelche die bekämpft werden müssen habe ich gar nicht darüber nachgedacht ich glaube nicht mehr wie sieht es mit nahrungsmitteln aus gucken wir da mal rein vier brote das ist auch gut so äpfel gibt es auch schwere schuhe muss nur eine anziehen da gibt es noch eine hose will aber gerade keiner haben oder wie sehe ich das da kommt jemand aber der bastelt her was wieder eine grüne perle okay das läuft aber es will keiner diese sachen anziehen oder wie sehe ich das doch da sind welche die das gerade gemacht haben gut da ist sogar eine gelbe was hat problem mit glaube ja ne na jo warten wir ab ein speer auch noch geholt super aber den wahrscheinlich hier ein ständer getan oder ne doch nicht das sind ja rüstungsteile und keine waffen da kommt ein held der läuft aber durchs bild entschuldigung ok für essen ist gesorgt hier haben wir jetzt genug getreide und hier oben können wir weiter machen dann ne so das ist die etage wo noch was fehlt ok jetzt muss das dach sogar noch zu das und wenn man gerade noch machen als erstes ok kommen sie da hoch ja über die leiterin reicht zumindest gehen vier rüstungen werden weiter hier verteilt sieht gut aus kriegen immer mehr welche denke ich ja guck mal einen tollen Hut hat die eine auch naja ein Schemacht ok alle haben noch nichts aber es wird immer besser die ersten haben auf jeden fall was boah wer war das denn mit vollgas hier durch der held da mit 180 krass ok hier liegen noch rüstungsteile aber die sind jetzt nur holz von longsward haben wir den Boden aber hier Bodenboots ja das geht auf jeden fall erstmal das ist doch schon mal schön der ist total langsam weil er müde ist ich würde vielleicht mal schlafen gehen ich gebe den ITE-Smithy und ja jetzt geht er wahrscheinlich schlafen ne ne noch nicht mal ich wollte sich erst was zu essen weil er Hunger hat wie sieht es denn hier mit unserem Ding und so eigentlich aus 40 von 80 ok der ist gerade hier ok die Wand ist noch nichts gemacht ist aber auch gerade kein Holz da ne wächst wahrscheinlich gerade erst nach oder so oder sind voll auf mit anderen Dingen beschäftigt ja da schau her da wird's gebracht einer aber ich sehe gar nicht wo der zweite hingewandert ist na der wird hier vorne dann gebraucht worden sein gut da wurde auch was ausgetauscht läuft also müssen wir nochmal vielleicht hier reingucken da haben wir ja wohl nur die besonderen Schwerter in Dauerauftrag ne das sieht so aus oh hier unten aber das sind 23 die wir komplett machen aber nur Einzelstücke hier machen wir einen Dauerauftrag 3 passt und wie sieht es hier aus kein Dauerauftrag hier sind hier sind Iron Longsword und Iron Swordsword machen wir das mal weg da nix Knochenrüstung auch nicht außer 5 Stück standardmäßig da ist auch nix hier ist nur der Speer gut dann Rüstung haben wir nix nix ja das wird standardmäßig hergestellt läuft aber nicht so richtig gut ne und das auch das nicht das nicht das nicht das nicht aber auch nix obwohl diese Hemden noch gar nicht mehr so schlecht sind leather armor alright alright ah hier ist Eisen ne machen wir mal weg aber ich glaub das nicht so entscheidend jetzt ist so das haben wir an wo lassen wir an oh da ist jemand gestorben Vongard oder so keine Ahnung alright das ist aber nicht und das ist goldene Set haben wir auch nicht da kommt da kommt irgendwo ein Händler und den wollen wir mal weiter laufen lassen das Spiel hier wird jetzt nur nichts gemacht das müsste auch noch gemacht werden dann ah einer ist da hingekommen ok da fehlen auch noch zwei damit es weiter geht aber das Spiel ist wieder in Pause der Händler ist da und ja der soll mal alles kriegen das kann er auch haben das kann er auch haben und jetzt soll mal gucken was er spezielles hat oh hier guck mal so ein geiles Ding aber kann man nicht das geht das geht machen wir mal oder da kommt immer noch ein bei passt so dann bringt er in die Knochen damit er weiter kommt ja den einen hat man noch nicht beerdigt dann sind die Klamotten auch noch hier es wird hier auf Teufel komm raus produziert obwohl man müde ist produziert man doch lieber erst die Knochen werden jetzt eben gebracht hier warum nicht Entschuldigung oh guck mal hier ist auch ein Ambus hingekommen geht also das wird aber auch nicht weniger Sand ist da ah die holen ward grüne Kugeln die sind nämlich von unten zu holen ne alt stopp ich hab was gesehen ja können wir nur destroyen machen wir mal keine Ahnung warum die Leiter da irgendwo hängen geblieben ist ah ich glaube wir hatten hier unten ich weiß jetzt nicht wo aha da liegt ein Sarg die kommen jetzt hier doch die kommen ja hoch ne ja geht weiß nicht warum ob es an der Kugel liegt man sieht nämlich keine Treppe aber ist okay da ist noch mehr Eisen dann lass das Eisen mal abbauen hm 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 ich hätte gerne die Seite auch noch gehabt hm 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 da ist auch einer und die laufen ohne Ende der Ero in der Gegend rum und kommen nicht wieder weil sie Hunger haben oder sowas ne ach die holen jetzt grad die Knochen ok war nicht unbedingt die ideale Idee ne ja ja der darf verhungert gleich auch noch ok boah die gehen noch bis in die letzte Ecke ne der hat es immer noch nicht gefunden boah da holt er jetzt den Knochen weg wo sind die Treppe wo sind die Treppe sofort mal hier durch arbeiten aber wird wahrscheinlich nicht klappen ne ne die kommen von da irgendwo da lang da ist die Treppe das heißt hier auch nochmal durch arbeiten ist schwierig ne ob sie das überhaupt machen da ist auch irgendwie was blaues angesetzt keine ahnung wofür gut gut naja ist da oben noch irgendwas zu entdecken ne sieht aus als ob sie überall waren ne gut gut die sind alle hundemüde ich glaube ist ein zweiter schon gestorben natürlich nicht so gut ne hier haben wir auch blaue Radieschen naja was war das ein Held oder was der da gekommen ist oder wer da ist schon wieder einer gestorben ok ein Held ist wohl gekommen ja ja die sind gerade da unten am verhungern aufgrund der weiten Wege ne da ist ein bisschen doof gelaufen da läuft einer hier guckt der hat Kohldampf ohne Ende aber der holt jetzt erst einen Knochen da unten und wird dann unterwegs irgendwann sterben das ist doof aber irgendwie kann ich da jetzt gerade nichts dran machen ne hier hier dem könnte ich jetzt sagen nee wollen wir doch nicht machen geht aber nicht boah 194 Knochen noch das dauert 230 oder sowas war das ne naja das ist wieder so ein Punkt wo ich denke man könnte das Spiel einfach weiter laufen lassen während ihr nicht dabei seid ne können auf jeden Fall mal hier Vollgas machen hier da liegt noch ein Leichnam Roman Korps oder wie heißt es ja ok ein Angriff na dann mal gucken was passiert oder und dann marschieren sie los jetzt wieder einer gestorben oder auch einer deswegen hat sechs mal sie sind einige mehr gestorben von den Leichnam angeschritten ist nicht das Thema hier das ist nicht das Thema das mit dem Essen ist eher das Problem Gegner stören uns nicht Happiness ist 3 ne ja der Held ist auch tot ja dann sind wir gerade am unteren Ende na gut ok dann würde ich aber erstmal sagen lassen wir es für die Folge gut sein ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tsch tschüss barn h Memorial wild wie von